Auf Mhm Oh, ein paar Bomben durch die Gegend Soll ich auch machen? Guck mal da kommt direkt einer, hat der gehört Hat der Böse Schau dich Die können keinen Schaden machen auf Affe Trotzdem haue ich dich Die machen ja auch nicht mehr die Blöcke kaputt Wow Egal Ich hab auch kein Deinemind Oha, die geben aber ordentlich Schaden Mhm Zu den anderen Leuten Soll ich mir den die Storaus haben? Ja Oh oh Unfährlich Wie viele Eng Die Bones hier sind, ey Die sind echt angry geworden Ich glaub die spawnen hier die ganze Zeit unter mir Ja Das ist ein Slime, den wir nicht töten Was hab ich gerade getroppt Waterbolt 17 17 Magic Damage Wie fast? Very fast Aber ja, das kacke mit meiner Harte Wow Wow Zeig mal, wo bist du Wow Ja Geh weg Das geil ist aber die fliegen jetzt überall rum Irgendwie wie viel Leben ich hab Ich hab mir ausgesprochen Ich hab mir ausgesprochen Zwei die Cobalt-Pick-Ickles gemacht Merke ich grad Jo die machen mir Schaden, du Affe Ja Ja Pass auf Laber doch keinen Einfach so Ja Da kommt noch einer Hör auf jetzt Ah, das sind gar nicht meine Das sind die von dem Ach so, Junge, ich dachte schon Die sehen genau gleich aus Ist so Ich glaub der benutzt das auch, ne? Naja Hammer geil Ja Ich hab'n Waterbollen, du nicht? Ich hab'n Waterbollen, du nicht? Ich hab'n Wieviel Ich hab'n Wieviel Cursed Skulls Mindestens 70 Ja Wirklich 70 Ja Naja Naja Die machen mir keinen Schaden, hast recht Trotzdem ist das geil, wenn die so rumfliegen Das ist so geil, jetzt mit Fliegen, ne? Alter, ne, ich muss mich jetzt regenerieren, ich hab'n schon wieder ne Stachel geflogen Das ist mal passiert, ich hab mir erst mal alle Stacheln hier abgebaut in meiner Nähe Komm's da Junge, flieg nicht um mich rum Toll, nix bekommen, wer hat's gedacht Alter, ne, ich bin schon wieder ein Stachel gegangen Ich hab'n 8 Leben Hast du nicht'n Portion, komm mal schnell zu mir bitte, ich hab'n Bock Ich hab'n Portion Kacke Ich hab'n nur, äh, Mushroom, aber Egal Nein Bei allem die Cursed Kalsi sind One-Hit, ne? Haha, du Wichser Jo, warum steh'n auf dein Husen? Das waren meine letzten beiden Ui, ui, ui Cursed Skull, du hast'n Knall Schalalala Guck mal, das kostet Deine 500 Milliardenstar Seltenes Exemplar Oh Was heißt das? Machin' das, was? Machin' das, was? Na cool Ja, dass sie einfach wegficken würde Oh Hallo Hallo Was heißt das? Keine Ahnung Der Spawns ist einfach Merke ich aber nix von Guck mal schnell nach Nee, Alter, kein Bock Scheißen drauf Das ist einfach Weiß Ich mach' mal so Ich will die Kiste hier öffnen Junge, das Teil nervt mich so Baut einfach ein Na, versuch' ich jetzt auch Irgendwie Oh ja, richtig schwer, Alter. Ups. Wie ist's? Ja, oder so. Ja, jetzt musst du da wieder... Wollte aber eigentlich wieder wieder... Oh nein. Teile. Junge. Jungen... Hier ist man ja gar keine Close Skulls, Alter. Junge, der soll jetzt mal hier oben bleiben. Hier, irgendwo einer. Soll ich mal einmal... Keine Angry Bones, erst mal in meinem Leben. Junge, ist ja gar nichts. Das ist schon wieder hoch, vielleicht kommt dann die Leute. Vielleicht sind da keine mehr, weil die auch die Vibrations von der Deep spüren und dann Angst haben. Kann sein. Echt? Hier ist nirgendwo mehr einer. Ich hab keinen Gegner mehr gesehen. Seit 100 Jahren. Okay, hier ist einer. Junge. Diese Dinge, die nerven mich so. Ganz easy. Ups. Ganz easy, Tanner. Und der wird manchmal nicht wieder. Schraße. Und die ficken sich gerade ein bisschen auseinander. Junge, ich krieg von den Teilen der Ecke da Damage. Logisch. Junge. Guck mal, guck mal, hier so'n Köst. Das ist geil, das sieht fast aus. Das ist echt spannend hier in der Dungeon, würd ich sagen. Aber ich will das jetzt haben. Junge, hier spawnt nix mehr. Junge. Junge. Schau, wo das heißt, wir haben das Spiel gewonnen. Huhhehe. Hahaha. Komm. Komm, der droppt das jetzt. Ich weiß es. Ich spüre das. Der ist, der erst droppt. Oh. Oh-ohh. Ja, da musst du mich beschützen, okay, wenn ich das googeln soll? Ja, okay. Na komm zu mir! Schütz mich! ja ich war gerade gestunnt das ist der spruch vom destroyer ja wo ist er wo ist er dann ja keine ahnung aufgesammelt und das hat cool aus also es hat sich in coolen namen gehabt das ist was ich denke das wäre so eine lateine mit der man rumgehen könnte aber guck mal da ist sowas hässig kage lantos ja das habe ich doch hingeworfen auch wir sind wieder 300 meter im bounce saure knochen die piss ich ins gesicht alter so alle weg außer einer dem war keiner kann mit ein kerstes geil kommen kagele 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 Oh mein Gott, ich denke, das wird halt nix mehr, ja, lass auf, in die Lanterns hinzuwerfen, du Affe. Was? Das ist ja schon wieder eine Lantern in geworfen. Nicht. Alter, ne, jetzt ist hier so ein Mongo an meinem Platz. Zwei sogar, wow. Wow. Guck mal, wie lange ich mehr brauche, ich muss nicht mehr, komm. Guck, die kommen doppelt so viele, die kommen dann immer. Droppen doppelt so wenig. Alter, jetzt geh doch mal weg hier. Ich will ein Küst, Sky. Du bist du. Hier waren viele Angry Bones. Was machst du da? Machst du was? Wee. Boah, die fliegen mit nach mir mit. Nach mir mit. Das war ein sehr schönes. Das ist irritiert voll, wenn das nur so ein blauer ist und dir sich abschießt. Ich möchte ein Küst, Sky. Das wäre voll der Knall. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich habe schon, ich habe Clothier, Clothier-Voodoo-Doll bekommen. Wow, Moment, ich bin zwei Stück oder so. Ja, was bringt das? Sehr genau das selber. Soll ich mal machen, glaube ich. Ja, wenn du Lava findest von mir aus. Junge, das macht so Bock, hier so auf Cursed Skulls zu warten, die einmal in 100 Jahren kommen. Dann so gegen so drei, so Geht-Auf zu kämpfen, die drei Leben haben und fünf Schaden machen. Trotzdem wird es ja mit eigenen Sachen kaputt. But. Nochmal. But.